Was in diesem Video passiert Bro, ich flieg! Okay, okay, okay! Die kriegst du, die kriegst du, Bruder! Die schaffst du! Hey, der kann fliegen! Der kann fliegen! Der kann fliegen! Was ist das? Schau, der fliegt! Der kann der Ex rufen! Nein! Wenn einer von euch Streamsniper noch einmal Streamsnipern sollte, ich ruf Apple Games an, die werden euch bannen. Yo, Leute! Was geht? Flexia! Ich halte es mal diesmal ganz kurz. Heute werden ich und Denix zwei kleine Streamers stream snipen und wir werden versuchen, dass sie den Stream komplett beenden und komplett ausrasten. Freunde, den zweiten Teil gibt es bei mir. Genau, Leute! Ihr habt richtig gehört. Der Link ist unten in der Beschreibung und tragt auf ihre Minecraft-Code-Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Okay, Leute! Wir haben es in die erste Runde geschafft. Denix, bist du da? Bruder, ich bin mehr als da. Okay, perfekt! Ich muss jetzt ganz kurz gucken. Der Stream ist hier am Handy offen und ich muss jetzt gucken, wo die landen. Jungs, neue Runde. Wir landen in Reacher Row. Wir spätten jetzt richtig rein, Freunde. Wir sind beide Season 1-Player. Wir spätten hier alles weg, Freunde. Wir sind komplett, wir sind... Oh, she's kids! Wir sind wie Tiffy und Ninja an einem Alter. Die landen, glaube ich, Retail Row, haben die gesagt. Bro, ab nach Retail Row hier unten. Let's go, let's go. Ich folge dir, Bruder. Und, Bro, ich gucke auch nebenbei zu. Und ich kann da auch sehen, was die gerade machen. Deswegen lassen sie richtig hops nehmen, okay? Bro, ich würde sagen, wir landen jetzt, looten und wir sneaken uns einfach hinter Dächer oder hinter Bäume und machen ein bisschen auf Sneaky. Weißt du, wie ich meine? Dass die nicht wissen, wo wir sind. Oh, die Taktik kenne ich. Ich glaube, die hast du sogar erfunden, ne? Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, wie die reagieren. Wir müssen auf jeden Fall nice looten. Alter, wie viel reden die denn? Die reden so viel, Leute. Also, ich weiß nicht, wie viel man so viel reden kann. Schaut meinen Skin an. OG, OG. Ja, ja, er hat einfach den OG Regen Expert, Leute. Schaut euch ihn an, Alter. Das mag schon alles heißen. Er hat auch, ich habe ja auch gerade Funkel am Start, Freunde, Plaknet habe ich auch und so. Also, alles richtig Sneaky, Freunde. Let's go, der Hase. Ey, Digga, weißt du, die Gegner kommen, wir tanzen einfach aus. Die können uns einfach nichts, Digga. Guck mal, wir bauen, Digga, wir machen Flickflack und ziehen wir schon nach Afghanistan gespielt, Digga. Flickflack, ja. Genauso, Digga. Genauso muss es sein, obwohl du weißt. Und ich habe auch gesehen, dass der eine denkt, dass Regen Expert OG wäre oder sonst was. Ja, die krankesten OGs. Die tragen wir gerade. Schau mal unsere Skins an. Alter. Die sind von Season 0, von Season Alpha. Damals wusste man noch gar nicht, dass es Fortnite überhaupt gibt. Bro, Bro, ich finde es echt krank, dass man diese Skins kaufen muss. Ey, man hätte die einfach umsonst bekommen sollen. Ja, andererseits zeigt es nur, wie viel wert die sind, ne? Also, dass man schon arbeiten für die muss, weil die halt so wertvoll sind. Das stimmt, das stimmt. Ey, Bro, die sind irgendwie richtig abgehoben. Die denken, die wären die Besten, höre ich gerade. Die tun so, als wären die Pro oder sonst was. Die werden gleich hier eine Lektion von uns erteilt bekommen. Dann werden die wissen, mit wem die sich hier angelegt haben. Mit den einzig wahren Nosekins. Okay, super, super. Okay, super, let's go, Bruder. Ist das für die, wer? Nein, nein, ich habe einen Testschuss gemacht, weißt du? Ich habe ein bisschen Aim trainiert gerade so. Man kennt es, Digga, man kennt es. Digga, ich gehe jetzt hier in diesen Kasten da. Oh, hast du mir die Gegner? Nein, nein. Okay, okay, nice, Digga. Okay, nice. Ich habe gerade gehört, dass der irgendwie einen Testschuss gemacht hat, um seinen Aim zu testen, Bro. Keine Ahnung, was der da labert. Testschuss? Er muss irgendwie seinen Aim testen oder sonst was. Bro, lass jetzt einfach mal auf ein Dach gehen und gucken, wo die sind. Okay, komm mal mit, komm mal mit, Bro. Die sind, glaube ich, am anderen Ende von Retail Row. Warte, wir müssen uns annähern. Komm, 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 Bro. Okay, ich bin auch, ich bin auf dem Weg. Ja, aber Digga, ich bin so für euch. Wir haben einfach die ganze Stadt für uns, Digga. Digga, das Ding ist, dass selbst wenn jemand kommt, Digga, aber bitte keine Nosekons, by the way. Wir hopsten sowieso jeden, Digga. Wir hopsten sowieso jeden, okay? Und ich habe dafür, by the way, vier Stücken Kreative gezockt. Ich bin also maximal eingespielt, Freunde. So, mal, ich habe wieder meine 40.000 Euro Gaming-Kastatur dabei, Freunde. Mit den teuersten Keycaps, also mit keiner Reaktions-Heldung. Also, die sind sofort, da geht alles, Digga. Also, ich meine, Digga, er hat auch einen voll krassen PC, Digga. Wie findest du eigentlich meinen Pullover, Bruder? Ey, Bro, dein Pullover ist richtig nice. Ich habe gehört, bald soll neuer Merch kommen. Also, by the way, Leute, bald kommt ein richtig nicer Merch. Alter, der Merch wird ultra krank. Der No-Skin-Army-Merch war schon krank, aber der neue Merch wird richtig krank, Leute. Macht euch auf was gefasst. Bro, aber wir müssen uns jetzt wirklich konzentrieren. Die sind da hinten, siehst du sie da hinten? Die fighten gerade mit dem Bot. Ich sehe die gerade. Die sehen uns, die, oh nein. Haben die uns gesehen? Geh weg von uns, geh, geh weg hier. Lass ihn nach vorne push, lass ihn vorgehen, lass ihn vorgehen, lass ihn vorgehen. Ja, Mann. Lass weg von diesem Ding da. Die machen nur Auge, die Dinger, Digga. Lass weg von diesen Dingern. Ich würde die machen nur Auge, Jungs, facken euch die Dinger auch so ab, ey Gott. Noch ein bisschen looten, Digga. Komm mal her. Komm zu mir, Digga. Komm zu mir, lass noch ein bisschen looten hier auf. Ganz gecheckt, Digga. Guck mal, ich tanze sogar, Digga. Guck mal, ich tanze sogar. Ich tanze hier, Digga. Guck mal, jemand... Au, Digga, wird angeschossen. Hä? Au, von wo? Von wo, Digga? Hey, du bist da unten? Von wo, Digga? Echt? Von wo? Oh, nein, 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 die laufen weg. Sind die lost? Anscheinend. Komm hier rüber. Sag mir Bescheid, wenn wir los schießen sollen. Wo ist der andere? Warte, ich hielt ihn mal an. Er lacht. Einer ist hier hinter uns. Ey, ich hab ihn, ich hab ihn sogar direkt genockt, Bro. Warte, warte. Oh mein Gott, nicht schlecht, nicht schlecht. Da ist er. Er will ihn healen. Er will ihn healen. Warte. Okay. Soll ich mit Granaten? Nein, 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 nein. Komm hierher. Er läuft da. Er will ihn healen gehen. Guck mal, da. Digga, lass ihn doch save-go-hackern ausgesehen. Bei mir ist es Steps, ich verpiss mich, Digga. Bei mir ist es Steps, von wo? Ich verpiss mich, Digga. Ich verpiss dich, Digga. Ich komm nicht hoch, okay? Wo? Digga, die können mir gar nicht, Digga. Komm zu mir, ich bau dich ein, okay? Komm, komm, komm. Ey, Digga, von wo denn? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, da ist halt niemand. Von wo? Ich raff's nicht. Ich raff's nicht, Digga. Die sind ungesprach. Das ist Hacker, Digga. Save-go-hacker. Komm hier, ich ruhe dich hoch, ich ruhe dich hoch. Gibt's nicht, ey. Da will er ihn jetzt hier. Willst du die Granaten? Ich hab sechs Stück, Bro. Sollen wir jetzt, warte mal. Aber nichts mehr machen, er ist low, er ist low. Wie du ihn ärgerst, Sophie. Bro, wie er ausrastet. Er checkt halt gar nichts. Sollen wir da jetzt einfach ganz viele Granaten rein? Okay, okay. Okay, let's go, let's go. Zwei, drei, drei. Oh mein Gott. Was? Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Nein, no, Skims. Es ist so lächerlich. Bei Gott, es ist so lächerlich. Sie tanzen noch. Sie tanzen noch. Schaut diesen Nostick an. Schaut diesen Ben an. Schaut diesen Beny-Boy an. Und die Tatsen noch. Schaut euch dieses Gims an. So, ihr Ticke, die waren einfach unsichtbar, Digga. Äh, Rives, du ist dein Pferd, Digga. Du machst jetzt Pferd, Digga. Du machst jetzt richtig Auge mit Pferd. Ich hole Pony, Digga. Das ist unser Glückspony. Wir rasieren jetzt alles, Digga. Glück, Pony. Ich sehe, ich mache jetzt echt Auge. Let's go. Jetzt wird rasiert, Digga. Hol dein Pferd, jetzt wird rasiert, Digga. Let's go, Pony. Wie sie ausrasten. Wie sie schreien, Bro. Tanz, Bro, Tanz. Ey, was war das für Explosionen? Digga, ich habe noch nie... Wie viele Granaten haben wir geworfen? Zwölf Stück? Junge, ich glaube, wir haben so viele geworfen. Wir haben ihn auch im echten Leben getroffen, Junge. Weißt du, was ich mache, Bro? Ich mache einfach Schnips. Und weg waren sie, Bro. Bro, ich würde sagen, wir machen das jetzt noch eine Runde. Beziehungsweise noch zwei Runden. Und ich hoffe, nach zwei Runden beenden die ihren Stream, Bro. Die müssen ihren Stream beenden, okay? Auf jeden Fall, Bruder. Das machen wir so, okay? Okay, lasst uns beeilen. Let's go in die nächste Runde. Okay, Leute. Die erste Runde war schon krass. Wir sind jetzt in die zweite Runde gekommen. Und ich glaube, die haben vorher gesagt, die landen hier bei dieser Insel, Leute. Und die tun so richtig auf Pro die ganze Zeit. Ich check das einfach nicht, wie man so selbstverliebt sein kann, obwohl man nicht gut ist, Bro. Leute, wir haben jetzt hier nächste Runde am Start. Ich würde sagen, Wives, wo landen wir? Lassen wir hinten landen am Absetzte. Ja, Mann, ja, Mann. Da kommt safe niemand mit. Bei dieser Fabrik. Ey, Leute, ich muss euch sagen, jetzt retog. Ich habe mir... Ihr seht schon, Freunde. Glückslama am Start. Ich habe gerade schon gesagt, ich will mit diesem Lama... Bruder, du hast Pferd rausgeholt. Jetzt wird weh, Digga. Jetzt wird rasiert. Weißt du was? Lass ihn landen da. Ja, ja, hau raus. Gestern bei diesem Cup, bei diesem Geistercup, wo du... Ja, ja, ich habe auch mitgemacht. Ich habe auch mitgemacht, Digga. Easy. Oh mein Gott. Ich habe einfach... Ja, ich habe auch so 5000... Ja, ja, easy, Digga. Easy going. Einfach. Ich habe irgendwie 5000 oder 6000 geholt, Digga. Ey, Bro, warte. Einer landet hier. Wo landet er denn? Oh, ich hoffe... Oh nein, er landet doch nicht hier. Okay, okay. Warte, ich bin hier bei dir, Rodriguez. Ja, ja, einer ist hier drin. Die sind, glaube ich, beide da gelandet. Vielleicht, ich würde mal sagen, bei... Oh, die haben Lama gefunden. Die haben Lama gefunden. Oh no. Oha, du hast Lama, Digga. Gönn dir das Lama, Digga. Da kannst du direkt viele Mets, Digga. Da hast du direkt viele Mets. Dann kannst du direkt hier loslegen, Digga. Ich hole direkt hier ein bisschen Bäumchen. Auf Bild, Digga. Ich tue direkt ein bisschen Mets haben, Digga. Bro, die sagen, dass die mit Absicht gerade schlecht gespielt haben. Ey, was mit Absicht, Mann. Bro, er editiert gerade und er sagt irgendwas mit 0,1 Millisekunden und sowas. Was labert der denn? Die haben keine Ahnung, Bro. Junge. Wir stellen euch den Hirn-Kart, schaut euch das mal an, Freund, hier. Digga, hier, schaut euch an. In 0,1 Millisekunden habt ihr die Slats gesehen, Freunde. Achtschauen, nochmal. Zack. So neun Rekord? Zack, Digga. Neuen Rekord hast du gesehen, Digga. Wir haben einfach neun Rekord gebrochen. Zu wild, Digga. Guckt euch an, Digga. Guckt euch das an. Einfach gerade Rekord gebrochen. Lass mal neun Rekord gebrochen. Lass mal neun Rekord machen. Hast du Mets, Digga? Ich muss noch ein paar Mets fahren, Digga. Lass uns ein weiteres Duell machen. Hier, so. Guckt mal an, wie gut ich Leid es kann. Hier, guck mal. Triple edit. Triple edit. Guck mal, hier, guck mal. Ich hab mich nicht mehr verbaut, Kapi. Ja, komm, doch. Ich hab mich verbaut. Nein, Spaß hab ich nicht. Guck mal hier, wie gut ich... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Los, Digga. Er ist runtergeflogen. Bro, wir müssen da zuschauen. Was machen die denn da? Okay, okay, lass uns jetzt mal hier attackieren. Ja, lass mal gucken, was die machen. Kann ich mir noch nicht weitergeben hier. Digga, einer ist gerade runtergeflogen. Komm, wir müssen aufs Dach. Einfach auf Sneaky. Du weißt Bescheid, wie gerade eben. Und beobachten wir einfach. Ich hab's über ein Fernglas zu Hause. Wo sind die denn? Siehst du da hinten, was die da gebaut haben? Was ist das? Hat er ihn jetzt wieder hochgeholt? Guck mal, wie er editiert die ganze Zeit. Ich seh das. Was macht er da hinten? Aber vorhin ist es mal geplant. Das war mit Absicht, Digga. Das war mit Absicht. Das war eh Absicht, eh? Das war Absicht, Jungs. Für was sollten wir das machen? Ja, Digga, das war einfach dafür, Junge. Einfach um zu zeigen, Digga, dass auch Pros mal ein bisschen trollen können, Digga. So nix ist das, Digga. Hier, guck, gönn direkt ein bisschen Healstuff, Digga. Ich lass direkt ein paar Mets dran, Digga. Ich hab ein Wort mit der Waffe. Oh mein Gott. Ja, Digga, das Ding ist mit der Waffe, da machst du einfach 100 Fläschenschaden mit dieser Waffe, Digga. Da kannst du einfach jeden topsten mit dieser Waffe. Weißt du, Digga, die lädt halt automatisch auf. Da kannst du einfach Fläschenschaden machen mit dieser Bandygun oder wie die heißt, ne? Da machst du einfach 100 Fläschenschaden mit dem Gegner, Triffst, Digga. Es ist einfach zu krank, diese Waffe, Digga. Äh, Bro, siehst du, dass die gar keine Waffen im Inventar haben? Ich seh, ich seh nur zwei. Schieß ab, schieß ab, dass die runterfliegen. Let's go. Okay. Ich hoffe, er landet nicht im Wasser, Bro. Let's go. Einer fällt runter. Warte, warte, warte. Und, und, und? Hä? Er hat ihn gerettet. Ich hab's irgendwie geschafft. Ja, er hat hochgebaut und hat ihn gerettet. Der eine ist runtergeflogen, aber er hat jetzt überlebt. Hey, warte mal, ich verschüsse dich, Digga. Ich komm zu dir hoch, sind wir die Gegner. Ich komm zu dir hoch, ich komm zu dir hoch. Ich komm zu dir, ich komm, ich komm, ich komm, ich mach mich hoch, ich mach mich hoch. Ripes? Ich hab mich abgefangen. Ripes, ich hab keine Metz mehr. Was ist, Ripes? Was ist passiert, Digga? Warum hast du runtergesprochen? Ich komm zu mir. Komm, ich hab keine Metz mehr. Komm zu mir. Ripes, komm zu mir hoch. Komm zu mir hoch. Ich geh nicht mehr Metz. Ja, komm, gib her, ich hab keine Metz mehr. Komm her. Ey, die flexen so mit Edits. Komm, 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 komm. Einfach mit Spitzhacke auf ganz eiskalt. Komm, nimm die Spitzhacke in die Hand und sneak. Ja, ja, ja. Guck mal, wie sie bauen. Die sind komplett lost, Bro. Das ist so lächerlich. Darum lächerlich. Schnell, 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 schnell. Der hat keine Metz mehr. Komm, komm, komm. Warte, warte, warte. Er redet was über den Fluss. Ja, er labert. Er will in den Fluss. Komm, schnell, du musst mir helfen. Ja, ich bin auf dem Weg. Komm, wir schaffen das. Schnell, bau ab. Wir haben doch keine Chance. Oh nein, die schießen oder was? Nein, ich war das, ich war das. Aber egal, Digga. Ich will von diesem Fluss weg. Am Ende fliege ich an den Fluss rein und kriege noch Schatten von mir, Digga. Ich kann mal daheim mich holen kaum, Freunde. Aber nicht so nice, ne? Ey, Bruder, ich hab keine Metz mehr. Komm mal zu mir hier. Ich hab auch keine Metz mehr. Oha, Digga, warte, ich komm zu dir. Warte mal. Kann ich irgendwie runter? Warte mal, ich schau mal, ob ich zu dir kommen kann. Ich komm zu dir, Digga. Ey, warte mal, ich schieße die mal, warte mal. Was? Nein! Nein! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Nein! Schuss, ich gespiegelt, Jan! Äh! Äh! Wir haben beide! Wir haben beide erwischt. Und wie die schreien. Alter, meine Ohren. Die schreien, meine Ohren tun langsam weh. Ja klar tanzen wir. Ja klar tanzen wir. Nur mal tanzen wir. Die sehen unsere Namen. No Skin Flex, No Skin Denix. Aber bitte das No Skin betonen. No Skin. So muss man das sagen. Mit Stimme. No Skin. No Skin. No Skin Flex. Die tanzen noch. Sie tanzen wieder. No Skin Flex, No Skin Denix. Wolltest du uns Glück bringen? Was machst du denn? Bist du los? Bist du zurückgeblieben? So ein Dreck. Warum kauft man sich solche Skims? Guckt euch an, wie sie tanzen. Guckt euch an, wie sie tanzen. Ey, löscht euch los. Löscht euch einfach. Löscht euch einfach. Löscht euch einfach, Digga. Löscht euch einfach. So schlecht, Digga. Alter. Ey, Bro. Ich würde einfach sagen, dass wir jetzt nochmal Stream snipen. Aber jetzt ist unser Ziel wirklich, dass es die letzte Runde ist und dass die den Stream beenden. Okay, Bro? Die haben es echt nicht einfach mit uns. Aber die müssen es endlich verstehen. Die müssen es verstehen. Okay, Bro. Lass lieben. Ich hoffe, die starten direkt eine neue Runde und dann werden die so richtig hopscomen. Let's go. Let's go. Bro, ich würde sagen, looten und angreifen. Ja, Digga. Falls einer von euch Stream snipern. Wenn einer von euch Stream snipern noch einmal streamen sollte. Ich schwöre bei Gott, ich habe Kontakt zu Epic Games. Ich rufe Epic Games an. Die werden euch bannen. Die werden auf dem kompletten Account, die werden weggebannen. Ich rufe Epic Games an. Ich verspreche euch das. Ich rufe Epic Games an. Versprochen. Wenn einer von uns Stream snipet. Wenn einer uns Stream snipet. Du hast Kontakt zu Epic Games. Ja, wahrscheinlich jeder, den wir Stream snipen. Oh, bannen hier, bannen da, bannen da, bannen da, lalalala. Alter, jeder droht mit Epic Games dies, das. Aber noch nie ist was passiert. Weil die Nosegals machen Schnips und alles ist wieder gut. Warte mal. Ja, was ist das, Bro? Also irgendwie der Chat hat... Oh, ich habe ein Jetpack und eine Ska. Bro. Let's go. Oh mein Gott. Ich habe doch gesagt, es wird die letzte Runde. Oh mein Gott. Jetzt wird gestream snipet. Ich bin da wirklich neidisch drauf. Jetzt bist du ein richtiger Nosegän. Alter, jetzt werden wir die so richtig hops nehmen mit Jetpack. Wo sind die denn? Bro, bro. Ah, da hinten ist er. Ich mache ihn jetzt erstmal low. Oh nein. Oh nein, er hat mich entdeckt. Ich habe eine Disco-Kugel. Willst du die? Warte, warte. Die sind so schlecht. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Warte, warte. Ich muss mich jetzt... Oh, ich habe einen. Und den anderen werde ich jetzt so hopsen. Pass auf, pass auf. Ich fliege hin. Ich bin die, wer? Ich habe gerade irgendeine Shots bekommen. Warte mal. Ich konnte es auch nicht open, Digga. Warte mal. Digga, wie hörst du das? Von wo? Von wo? Von wo denn? Ich habe von hier irgendwo. Von wo weißt du? Digga, von... Warte mal. Da oben ist ein klein. Von wo denn? Nicht schießen, okay? Okay, 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 okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bro. Oh mein Gott. Ich kann fliegen. Ja, klar kann ich fliegen. Ich bin der beste Nosegän. Was, ich hack nicht. Er sagt, du hackst. Ich hack nicht. Dass du fliegst, weil du hackst. Por mir, por mir, por mir. Warte, ich habe es gesehen, Digga. Warte, warte. Ich collecte nichts, Digga. Warte mal. Er fliegt, er fliegt. Er kann fliegen, Digga. Der hackt. Oh mein Gott, der hackt einfach. Der kann fliegen, Digga. Hast du es gesehen? Er ist right, er ist right, er ist right, er ist right, er ist right. Ich komme zu dir, ich komme zu dir, ich komme zu dir. Er ist right, der hackt. Er fliegt einfach. Warst du ein Hackert, Digga? Komm, komm. Hä, das sind doch drei No-Skins. Ja, hier war jemand anderes. Ich habe ihn Hops genommen. Ich bin so low. Ich bin so low. Warte, warte. Ich muss mich hier. Ich muss dir jetzt Hops nehmen, Bro. Ich muss dir jetzt Hops nehmen. Ich nehme dir jetzt Hops. Ja, ja. Was für Edits. Ich habe einen. Lass, lass, Digga. Lass dich pushen gehen, Digga. Lass dich disrespekten. Was? Wie? Komm hier, ich hol dich hoch. Komm hier. Aua, ich höre dich, Digga. Was ist das? Bro, ich fliege. Okay, okay, okay. Die kriegst du, die kriegst du, Bruder. Die schaffst du. Oh mein Gott, ich habe ihn, Bro. Nice. Ich habe ihn einfach mit Jackpack geholt. Oh mein Gott. Plex, ich bin stolz auf dich. Alter, zieh dir das rein mit Jackpack. Wie. 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 Warte mal, warte mal. Warte mal. Hör hin, hör hin. Beenden die jetzt den Stream? Die gehen auf. Die sagen, es lohnt sich nicht. Für uns hat es sich gelohnt. Aber sowas von, Bro. Die gehen wirklich auf. Äh, nein. Er holt irgendwie seine Tasche. Ja, Digga, geht er jetzt in Urlaub oder was? Digga, er will in den Urlaub. Wir haben den Team beendet. Er wird ganz weit weg von Deutschland. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Der fliegt, der fliegt, der fliegt. Was ist das? Ich will fliegt, der gebt der Hack. Du ruf Epic Games an. Du ruf Epic Games an. Ich ruf Epic Games. Der Hack. Ich verspreche, du wirst gebannt. Ich wählte Epic Games mit dir. Ich melde dich bei Epic Games. Nee, ich beende streamen. Er hackt einfach. Und die tanzen auch die sind los. Lass aufgehen. Komm, lass aufgehen. Es ist, lass aufgehen. Digga, es lohnt sich nicht, Digga. Es lohnt sich wirklich. Ich bin es leute ich beende jetzt die mich bei mir oder warte ich packe es meine tasche ich von der urlaub ich bin ich nicht mann ich gehe mit ihr ich gehe mit ihr mit ich bin ich auch kein bock nachschau leute ich bin ich auch die haben beide stream beendet bro ich würde sagen zweiter teil gibt es bei dir glaube ich habe ich gehört ja den zweiten tag ist bei mir ich würde sagen es muss jetzt eine entschuldigung raus okay ja okay hallo jungs seid ihr da ja nix und es tut mir echt leid dass wir euch gestimmt haben ich wollte mich einfach noch mal entschuldigen okay geht es klar für euch ja okay kein thema entschuldigung angenommen keine ehrenmänner dann würde ich sagen leute wird es das mit dem video gewesen sein haut rein euer flakes